Yo! Servus, Freunde! Was geht ab? Herzlich willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar, Freunde, ich bin seit 2 Uhr wach und fahre jetzt zum Friseur. Ich muss nach einer langen Zeit mal wieder Bus und Bahn fahren. Ah, mein Akku hin. Nehme euch auf jeden Fall mit. Ich gehe jetzt zum Friseur. Ich bin so miedig. Ich kann einfach nicht mehr. Hört mal diese Augenringe an, Alter. Du wirst zum Keller gehen, die schwörst dir. Ich bin jetzt auf jeden Fall dran. Endlich keine blonden Haare mehr. Das Ding ist einfach, die hat mir meine Nasenhaare ziehen lassen. Wallah, das Gefühl ist schon mal viel geiler, aber meine Nase blutet einfach. Ich fahre nach Jahren wieder mal einfach Bus und Bahn, ich schwör's euch. Da kommen schon so ein paar Zeiten hoch von der Schule, Früh und so. Ich weiß nicht mal, ob die Bahn hier färbt. Wallah, ich habe hier ganz Zeit keine Bahn gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich bin richtig Mann. Wird schon schlecht, wenn ich so eine Tabelle lese. Elf von Montag bis Freitag 15. Einfach vier Minuten in der Kälte warten. Wallah. Ah nein, Mann, der kommt. Wallah, der kommt. Wallah, der kommt. Ich bin richtig glücklich gerade. Ach sicki. Freunde, das Ding ist, ich habe einfach keine Fahrkarte, okay? Ich fahre einfach schwarz. Ihr wollt eine Karte kaufen, okay? Warte vorne, ich sehe einfach keine Fahrkarten verkaufen. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Schwarz fahren macht einfach N Spaß, Digga. Möglichkeit zur Weiterfahrt mit der Linie 29. Schwarz fahren ist ja der Shit, Alter. Uh, ich bin jetzt voll der Gangster-Morp. Ab sofort, ich werde nicht mehr Autofahren, ich werde nur noch schwarz fahren. Das ist für mich ein Erlebnis, Freunde, gerade. Ihr müsst euch bedenken, ich war seit sechs Jahren nicht mehr in einem Bus oder in einer Bahn. Ach, schwarz fahren macht echt Spaß. Danke, ciao. Danke für die Fahrt, für die kostenlose. Danke. Danke für die kostenlose Fahrt. Ja, Selami, ja. Ah, Mann, komm, ich laufe sogar falsche Weg. Stellt euch vor, weil ich schwarz gefahren bin, kommt jetzt Auto über, fährt mich einfach. Haha. Freunde, ich bin gerade ein bisschen live. Wo bist du? Bro, ich bin gerade einfach Bus und Bahn gefahren. Ich bin einfach Bus und Bahn gefahren. Ich glaube es einfach nicht. Oh, redet niemals so groß und sagt, ihr fährt niemals mit Bus oder Bahn, wenn ihr ein Auto habt. Ah, Mann, komm, irgendwann müsst ihr auch euer Führerschein abgeben, fahren, wenn ihr zu schnell fährt. Und dann seid ihr ge... Ich bin gerade schwarz gefahren, zum ersten Mal wieder. Irgendwelche Joberns hat man erwähnt. Ich bin voll glücklich, dass ich schwarz gefahren bin. DJ Khaled ist back in the house, back in the house, back in the house. Einfach so unterharschend. Passt schon, passt schon. Reis mit Tintchen, Beste. Und dazu einfach Jort essen, Freunde. Liebe, 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 liebe. Freunde, ich habe jetzt zwei Stunden lang mein Zimmer sauber gemacht. Und es schaut immer noch gleich aus wie davor. Ich habe halt jetzt so meine Spiegel und so geputzt. Mein Gaming-Tisch hier richtig aufgeräumt. Und, friends, die Tage wird dann auf jeden Fall noch mal eine Roomtour kommen. Und die ganzen Informationen und so, was in meinem PC alles verbaut ist. Freunde, ich gehe jetzt auf jeden Fall eine Runde schlafen. Ich bin seit 3 Uhr morgens wach. Wee, wee, Digga. Ich bin erst jetzt aufgewacht. Ich schwöre einfach fünf Stunden. Ich habe geschlafen. Ich bin scheiße. Ich gehe jetzt auf jeden Fall streamen. Alter, diese Corona macht mich wahnsinnig. Friends, wir sind gerade live auf Twitch. Wir sind richtig aktiv. Ich habe die kasseste, aktivste Community, ohne irgendwas zu sagen. Schau mal, wie viel Liebe die ganze Zeit mir geben. Wallah. Ich sage den Leuten nichts, ganze Zeit. Chat läuft so ab. Oh, an dieser Stelle auch 47 Zuschauer an meine Chayas so. Es ist halt so, wenn man famous ist, halt ein bisschen anders und so weiter. 47 Zuschauer. Und du hast einfach Menschen, die dich mögen. Da könnt ihr euch gerne auf meinen Kanal bewerben. Das ist hier mit mir in eine Beziehung. Glaubt es euch. Ihr dürft gerne eine Bewerbung auf mein Instagram-Profil schicken. Der Bini schaut ganze Zeit, Freunde. Ich sage nichts, gell? Die schicken richtig Liebe. Der Chat geht richtig ab immer. Und dann kriegt ihr auch Fame. Werdet auch zu Superstars. Einfach 49 Zuschauer. Hier, ich sehe gut aus, Digga. Mit meinen komischen 1985 Haarschnitt so. Und hier, Rashid auch am Start. Jem Baba am Start. Pumpkan Fatih am Start. CL 187. African. Nakedi. Anna auch am Start, Digga. So weiß. Schau mal, nur Frauen. Hier, Yvonne auch am Start. Leonora auch am Start, natürlich. Lara auch am Start. Nur Frauen, Alter. Nur Frauen. Aber wenn ihr dann dazu kommt, weiß, kommen auch bestimmt ein paar Jungs und so. Sag mal, schreibt mal schnell irgendwelche Frauen an. Mir fällt einfach gerade kein Eilauf schnell. Grüß dich, Vanessa. Natürlich. Ich grüße Vanessa aus Oberhausen. Schöne Grüße gehen raus. Nathalie, auch schöne Grüße an dich, Bruder. Nathalie, auch schöne Grüße an dich. Malik, Sena, ich grüße euch. Dalila, Laura, Marie, Gültchen. Ich küss doch eure Herzen. Zeynep, Hatice, Wallah, ihr seid doch so süßig. Svetlana, Sabrina, Wallah, Fatima, Larissa. Ich grüße euch. Ja genau, ich bin ja international. Larissa aus Norwegen. Und Svenja aus Schweden. Ich grüße euch auch. Genau, danke. Jetzt mal kurz weg so ein bisschen. Nur Frauen. Kim Karte. Oh, hey, Servus, Kim. Ich melde mich später bei dir. Genau, genau. Ah, Megan Fox. Ich habe heute leider keine Zeit. Ich bin gerade im Stream. Sorry, tut mir leid. Kylie, deine Schwester hat mir vorhin auch schon geschrieben. Aber ich habe keinen Bock auf sie. Ich liebe mit ihr raus. Kylie, mach mal so. Das war jetzt der positive Grinch, Alter. Freunde, und wenn ihr auch so fählen wollt, dass euch nur Frauen hinterherrennen, gell, dann kommt auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Ja, da ist für jeden was dabei. Hier unten steht mein Name, der Bini. Das ist wie Lawu. Ihr geht in meinen Chat, Bro. Ihr geht mit drei, vier Frauen raus. Deshalb kommt alle vorbei an dieser Stelle. Spaß. Freunde, mein Freund hat sich eben mein neues Auto gekauft. Ein Cupra mit über 300 PS. Ich bin gespannt, wie der geht. Geh lehom, la. Geh lehom. Alter, das geht. Ich hatte natürlich gerade Puppe fahren, besser gesagt. Alter, geil, Bro. Der schaut richtig geil aus. Geisteskrank aus. Allah, also wirklich. Auf jeden Fall, ich bin jetzt mit dem Bruder Wetter an. Oh, noch nuss. Ja, mach, ja, mach, dich. Oh, noch nuss. Der geht gut, Alter. Das ist Geisteskrank. Alter, der geht sehr gut. Bro, ich bin verliebt. Geht gut, Digga. Ich habe gerade eben außerdem nicht aufgenommen. Wir haben zehn Minuten unnötig gerät. Einfach nicht aufgenommen. Wir sind gerade Cupra gefahren. Einen wirklich sehr schönen Cupra mit über 300 PS. Und jetzt kommen wir zu der ganzen Realität wieder zurück. Ja. Jetzt steigen wir wieder in den Opel Corsa ein. Nur die Schüssel vermisst von diesem Auto. Jetzt Realität zurück. Jetzt Realität zurück mit einer Nullerbox von der Chaya gestern Abend. Nein, auf jeden Fall. Freunde, wir gehen jetzt auf jeden Fall mein Paket abgeben. Da ist ja meine Cam drinnen. Ich fack mich auch anders ab, dass sie jetzt einfach so kaputt gegangen ist. Ich habe die Cam hier hier. Und hier habe ich noch dieses Formular da. Ich habe den Stift auch mitgenommen, Bro. Du wirst jetzt wahrscheinlich Autofahren und ich fülle das aus. Das ist okay, oder? Hier ist meine Cam. Tesa. Ich küsse eure Herzen, Digga. Tama? Adi. Wir haben hier jetzt mein Paket. Wir haben diese Schuhe und so. Keine Ahnung, Bro. Ich glaube, du musst Termin machen. Machen wir was Cooles, Bro. Komm, komm, komm. Alter, ich bin nicht mehr so sportlich wie früher, Mann. Ich bin hier hoch und runter gerannt. Wollte mich qualifizieren, weiß. Für die WM-Laufmeisterschaft. Das ist ein Held. Das ist ein Held. Er nimmt einfach Kamera, aber hat nichts zum Polstern und so. Ich wollte einfach so abschicken, Alter. Aber danke. Ist das Freier? Ja, Bro. Sind die umsonst? Das ist die Gitarre. Ja, mein Film drehen oder? Wir drehen. Für die Schule ist das. Eine Präsentation für Edeka. Ich wollte nicht bei der schlechtesten Filiale gelandet. Ich war hier und ein paar Zeitungen zwölf. Wir gehen jetzt in den Paketshop. Wir wickeln erstmal die Kamera ein, schicken die dann gleich. Dann gehen wir was essen, Friends. Komm, komm, komm. Ich kann das gar nicht, aber wir machen das jetzt irgendwie. Ananas ist die ***, Digger. Ich mache schon wieder den größten Scheiß, was es hier gibt, Alter. Tritt sich hier eine Doku? Ich sage immer schulfrei, immer. Bruder, Alter, der hat zwei linke Hände, Alter. Ich habe echt zwei linke Hände, das habe ich aber schon immer gesagt, Alter. Das Ding ist, ich habe überall Klebereste so, vom Teeser in meiner Fresse gerade. Pass, Bro. Dann komm zu mir. Ich schmeiße doch gerne die Dame. Mit oder ohne Nachweis. Mit Nachweis, bitte. Teilige Diäre. Allah, ich liebe diesen Jungen. Was riecht denn so gut? Pommes? Mir schmeckt Kokosnuss. Das ist so mein Favorite. Mein Wassermelon hat mir mal ein Mädchen, so zehn Stück, geschenkt. Mit dem kann ich es nicht mehr trinken. Ich weiß nicht, warum, aber diese Kamera spinnt voll. Lass mich da machen. Ich habe ja wirklich schissen. Lava doch, wir haben jetzt umsonst geredet, Bro. Wir haben schon wieder umsonst geredet. Ich nehme die ganze Zeit auf, Kamera bricht hundertmal ab. Ich weiß nicht, was mit der Kamera los ist. Zu dem Thema mit Corona, ich sage euch ehrlich, das Ganze wird jetzt noch so zwei Jahre gehen, okay? Juli wird alles ganz normal. Wieder bis Oktober das machen, was du willst. Und dann kommt wieder Corona-Welle, dritte Welle. Da sind wir alle so... Das Ding ist... Das Ding ist einfach, wo wir einfach durch sind. Ja. Das Ding ist einfach, Tamar. Du siehst zwar Frauen, okay? Aber, Bro, du weißt nicht, ob sie hübsch oder hässlich sind. Und jetzt sagt mir nicht, bin ich nur, das Innere zählt und so. Das Innere zählt, sowas bleibt dann bestehen. So, weißt du, was ich meine? Die Schönheit lockt an, Bruder. Aber das Innere ist das, was hält. Charakter hält fest. Schönheit oder Charakter? Ist der Charakter der die ein... oder was? Freunde, wir haben uns jetzt eine Pizza geholt. Eine Quattro Formaggi, vier Käsesorten-Pizza. Immer am See zerfetzen, beste Digga. Und ich würde sagen, ah, viel Dosen, Bruder hier. An dieser Stelle war auch auf seinem Nacken. Danke, Bro. So, Freunde. So begeht man einen Staub. Und wir fahren einfach mit. Das ist legendär, sehr ehrlich. Hier ist rechts vor links 30er Tonne, gell? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.